Willkommen bei einer weiteren Ausgabe für meine Serie Road to Championship und wie ihr seht, ist eigentlich jetzt gerade Halbzeit. Es steht da das sechste Spiel bevor, fünf Partien wurden schon gespielt, drei Siege, zwei Unentschieden, bis jetzt noch ungeschlagen und wenn es so weiter geht auf dem Weg zum Meistertitel. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wäre sehr froh, wenn ich das Spiel jetzt gewinnen kann, weil dann bin ich sicher, dass ich nicht absteigen kann und das ist für mich jetzt irgendwie auch schon ein Erfolg, weil ich hatte Angst, dass das hier komplett in die Hose geht und ich quasi live kommentiere oder ihr live dabei seid, wenn ich aus der Liga 1 absteige, weil das kann ja auch schnell passieren. Da es doch recht anspruchsvoll ist, immer noch nebenbei zu kommentieren und dann auf höchstem Niveau zu spielen und da hatte ich natürlich dann ein bisschen Bedenken oder auch Besorgnis, dass es voll in die Hose geht. Scheint momentan nicht der Fall zu sein und wenn ich jetzt noch drei Punkte mitnehme, dann habe ich 14 und dann ist der Nichtabstieg gesichert, habe ich hier direkt zügig einen Gegner gefunden und was ich auch geil finde, das hatte ich ja jetzt auch schon immer wieder mal erwähnt, ich habe bis jetzt fünf Gegner gespielt und ich hatte fünf verschiedene Teams und kein einziges Mal Real Madrid und das ist natürlich auch, finde ich, spektakulär. Aber das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, zwei bis drei Mal erwähnt. Mal sehen, ob es jetzt endlich der Fall sein wird, dass dieser Lauf oder diese Serie zu Ende geht und ich gegen Madrid spielen werde. Nein, auch hier. Sechster Gegner, sechstes Team. Ich glaube, gegen Frankreich habe ich mich auch noch nicht gespielt. Geil, also wirklich richtig cool und Frankreich ist auf jeden Fall stark. Ui, da habe ich mir immer gedacht, ich kann ja auch direkt zum Gegner spielen und das mache ich dann direkt nochmal. Nein, diesmal kommt der Spann an. Spiel hier über Bender und Podolski, hat halt Podolski hier sich schön durchsetzen können und ich komme jetzt hier wahrscheinlich direkt zum Abschluss. Ziemlich lange Ecke, aber man hat es gesehen, wie lange Podolski braucht, um diesen Vorsprung, ähm, äh, diesen Vorsprung, diesen Abschluss vorzubereiten und deswegen hat es dann nicht geklappt. Daraus hätte ich auf jeden Fall mehr machen müssen, aber ist nicht so schlimm, weil in den ersten fünf Minuten schieße ich eh nicht so gerne Tore, weil dann der Gegner rausgehen kann, ohne dass es, ähm, gewertet wird. Ui, habe ich natürlich jetzt außer Sehen durchgelassen, weil ich noch die R1-Taste gedrückt habe zum Verteidigen. Und, ja, was ich noch sagen wollte, Frankreich ist ein sehr, sehr starkes Team, also hat sehr gute Spieler. Ich glaube, ähm, ein paar Probleme in der Innenverteidigung, äh, da fehlt, glaube ich, ein oder zwei gute Männer, also die sind nicht überragend in der Innenverteidigung. Aber der Sturm ist natürlich mit Nasri, Benzema und Ribéry sehr, sehr gut besetzt. Also, da ist dann auf jeden Fall was möglich für den Gegner. Hier, Podolski setzt sich ab, probiere ich dann noch lang zu spielen, der kommt vielleicht sogar auch an, aber er kann den Ball rechtzeitig klären. Und dann spielt er mir hier in die Füße. Gomez kann sich jetzt hier durchsetzen, lenke ich in die lange Ecke und dann kann der Tore halten. Das hat kurz geruckelt, das hat natürlich jetzt gerade sehr gestört, sehr ärgerlich. Aber ich habe dann auch einfach da den Abschluss nicht richtig vorbereitet. Hätte ich vielleicht mit dem Linken machen müssen, weil Gomez kann das natürlich auch auf jeden Fall. Der hat ja einen sehr, sehr starken Abschluss. Und dann hätte ich dann auch mit dem Linken schön in die kurze Ecke nageln können. Und hier spiele ich den Ball raus. Das hätte ich eben annehmen müssen und dann hätte ich hier den Ballbesitz gehabt. Momentan meinen Gegner finde ich noch nicht so stark. Hier lassen wir mal durch. Ziehen jetzt hier außen durch. Boah, das ist faul. Ja, kippt er mir auch das faul. Immer wieder mal kurz ruckler. Sehr, sehr nervig. Ich weiß nicht ganz genau wieder, woran es liegt. Hm, wir überlegen, wie wir den spielen. Ich probiere hier denjenigen hier kurz anzuspielen. Klappt dann auch. Gomez ist das. Oben läuft Mertesacker. Oh, je, je. Mit dem werde ich jetzt hier flanken. Aber der ist ja natürlich überhaupt nicht für geeicht, sage ich mal. So, hier kann ich schön den Ball erobern. Machen wir das Spiel jetzt breit. Verzögern kurz. Ja, verzögern auch durch die ruckler. Lassen wir durch. Aber hat er sich sehr gut hingestellt, um das zu verteidigen. Wird er jetzt nach oben spielen? Ja, ja, ja. Jetzt hat er sich gut durchgesetzt mit Ribarie. Aber dann konnte ich das rechtzeitig erkennen und dann doch noch abwehren, sage ich mal. Um es mal so zu formulieren. Jetzt wird er steil spielen oder, ja, vertikal. So. Ja, sehr schön, der Schweinsteiger hier mit der Ballerobung. Machen wir mal hier die Spielverlagerung in die Mitte. Oh, hatte ich kurz gedacht, Bodoelski würde sich absetzen. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt wird er vielleicht... Ja, was wird er machen? Jetzt spielt er vielleicht wieder vertikal. Macht er Richtungsänderungen? Nee, weil ich stecke hier schön unten ab. Hat er sehr lange an den Ball geführt. Auch ein bisschen zu lange. Und, boah, den Pass hatte ich eigentlich doch schon so gut wie abgefangen. Hier setzt er sich schön mit Benzema durch, aber da habe ich natürlich meine beiden Verteidiger. Ich glaube, der Gegner spielt an 4-2-3-1. Dann hat er immer nur eine Sturmspitze. Und die beiden Verteidiger konnten sich eben gerade beide auf Benzema konzentrieren. Und immer wenn ich hier in den Angriff komme, ruckelt es kurz. Sehr, sehr nervig. Hier schön Doppelpässe spielen. Boah, krass, wie er da einsteigt. Ja, das gibt dann jetzt auch das Foul. Das könnte eigentlich auch mal Gelb geben, so wie er da eingestiegen ist. Bin ich überlegen, wie ich den jetzt bringe. Hm. Den bringe ich einfach lang rein. Ich bin überlegen, ob ich ihn mit Bender bringe oder mit jemand anderem. Ich bringe den mit Schweinsteiger. Oder ich könnte... Ja, ich mache mit Özil, weil der ist auch eh nicht so kopfverstark. Bring ich einfach mal vorstor lang reingezogen. Könnte gefährlich kommen. Hier ist jetzt Lahm bei... Ja, es wird immer länger, länger, länger. Und dann kommt er gar nicht in den Ballbesitz. Also total verkackt gerade die Ballernahme. Und da muss er eigentlich, der Lahm, den Ball abnehmen. Jetzt kommt der Ball noch irgendwie doch durch. Und jetzt habe ich hier mit Hummels... Ach, ich bin gerade... Ja, oder eben weiß einfach Pech, wie Lahm da den Ball vertändelt hat. Und danach hatte eben hier Hummels eigentlich mal den Ball annehmen müssen. Jetzt wird er hier die Flank bringen. Ribéry ist im Sechzehner. Kann sich gegen Mertesacker nicht durchsetzen. Ist klar, irgendwie. Ribéry... Uh! Hier gefährlicher gespielter Ball. Richtungsänderung. Ich probiere... Ach, Mann, ich wollte noch kurz verzögern, damit ich Budolzki kurz anspielen kann, weil ich glaube, der ist eigentlich durchgestartet und der wäre dann im Abseits gewesen. So, hier schön von Götze rausgespielt. Jetzt habe ich ein bisschen Raum. Spiele hier... Oh, Schweinstecke Budolzki kurz an. Ach, ich bin... Es waren schon so viele Situationen, wo gerade auf jeden Fall mehr drin war. Hier kann ich auch wieder den Ball nicht abnehmen. Jetzt hat er sehr viel Raum mit Nasri auf den Außen. Wird er flanken? Und da hatte ich einen Stellungsfehler und den kann er hier Volley nehmen, aber sehr ungefährlich aufs Tor. Hätte er vielleicht sogar annehmen können. Und ich muss mal einfach jetzt mal nach vorne vernünftig spielen, weil eigentlich hätte ich jetzt hier schon das 1-0 schießen können oder müssen, weil eigentlich waren das immer ganz gute Situationen. Jetzt muss man außen durch. Und dann... Hm, ist der Ball hier weg, vertändel ich wieder. Schade, ich hätte kurz gehofft, dass er dann vielleicht damit ins Ausläuft. Würde er hier... Ja, spielt er Benzema an. Würde sich jetzt vielleicht probieren, außen durchzusetzen. Und dann immer wieder diese Verzögerung. Sehr, sehr nervig. Aber der Ball ist jetzt hier wieder bei mir. Sehr schön. Gommes geht sich hier oben vielleicht... Och Gott, ey. Foul? Nee, er kretscht rein und steht dann einfach im Ball und liegt im Weg. Das war natürlich sehr, sehr günstig, wie das gelaufen ist. Und den muss ich jetzt hier zurückspielen auf Teuter. Raus damit! Oh, das ist jetzt ein Meter, Mann! Was für eine dumme Situation. Hm, das habe ich schlecht gemacht. Ich hätte mit Himmels viel, viel schneller zurück zum Teuter spielen müssen. Und wo schießt er den hin? Jetzt wechselt er erstmal den Schützen. Ich gehe davon aus, dass er links schießen wird. Links. Und ich drücke links und der Teuter springt nicht. Das ist so zum Kotzen, ey. Sorry, aber... Ich kündige es ja nicht aus Scheiß an, sondern ich drücke natürlich auch in die Richtung. So, also... Also das Spiel ist bis jetzt totaler Scheiß. Also, um es mal so auszudrücken. Immer wieder diese Rückklärung. Ich hätte schon lange das 1-0 schießen müssen. Ich habe vorne dann die Konsequenzen nicht... Äh, nicht Konsequenzen, genau. Nicht konsequent ausgespielt. Und dann, äh, kommt hier so ein Mist dabei raus. Er foult immer wieder, was hier wieder nicht gepfiffen wird. Nicht mal ein Freistoß oder nicht mal ein Vorteilpfiff. Ganz, ganz komisch. Und dieser Elfmeter war absolut zu vermeiden. Also, sehr strange. Gomez ist jetzt hier links, äh, rechts. Die Doppelpass mit Wodolski spiele ich jetzt steil. Kann sich jetzt hier auch schon durchsetzen, aber der liegt jetzt hier gerade auf dem rechten, der Ball. Ziehen wir in die Mitte und dann... Ach. Man hat's gesehen, ich hatte den Ball komplett auf dem rechten und Wodolski hat einfach keinen rechten Fuß. Ich spiele hier oben auf groß. Spiele mir jetzt hier... Ah. Wollte ich jetzt eigentlich durchlegen auf Wodolski. Jetzt wird er vielleicht steil spielen auf Benzema. Ich hole den... Ah, jetzt kommt der... Jetzt, was macht der? Jetzt zieht er außen vorbei. Kann der Neuer sehr gut halten. Meine Güte, was ich für ein Mist bis jetzt spiele. Wodolski kann sich hier absetzen. Sehr, sehr schön. Kann der hier durchstarten. Und dann ziehen wir jetzt hier in die Mitte und legen wir in die lange Ecke. Und auch hier dauert es wieder zu lange, bis Wodolski dann auch wirklich den Abschluss sucht. So ein... So ein dummes Spiel bis jetzt. Also wirklich. Alles. Ich hätte... Ich hätte schon das Tor schießen müssen und der Elfmeter, der war zu vermeiden. Das ist... Das kotzt mich gerade an. Spielen wir kurz auf Wodolski. Doppelpass. Die erste Halbzeit ist hier vorbei. Spielen wir jetzt steil auf Wodolski? Ja, 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 ja. Komm. Kann sich durchsetzen. Zieht jetzt in die Mitte. Nehmen wir in die lange Ecke. Oh, dann kriegt der noch wieder noch irgendwie den Fuß dazwischen. Ich wollte eigentlich schon zum Torschrei ansetzen. Und gerade werden meine Hände ziemlich rutschig. Den lassen wir jetzt einfach mal hier... Den wollte ich kurz Wodolski dann spielen. Kam nicht durch. Ich muss mal kurz meine Hände abtrocknen. Das wird jetzt aber wahrscheinlich gleich zur Halbzeit gefiffen. Kann ich hier schnell spielen und den nehme ich direkt. Das war jetzt eigentlich falsch gemacht. Und, ja, kretscht er mir wieder den Ball ab. Wenn er Pech hat, gibt er es faul. Hier kann ich hoffentlich vielleicht noch einen Angriff machen oder jetzt pfeift er einfach ab. Jetzt hat er noch einen Angriff. Sehr ärgerlich. Das macht er gut. Setzt er sich jetzt außen durch. Probiert Benzema zu decken. Und dann gibt es hier noch mal Ecke. Der hätte doch schon lange abpfeifen können, ey. Oh, der kommt auf März. Zack, er kann sich durchsetzen und dann ist das 2-0 und das wird wahrscheinlich meine erste Niederlage. Mir ist das F-Wort über die Lippen gerutscht. Wie schlecht. Und jetzt spielt er hier so einen schlechten Ball. Also, was ist denn hier los? Sind die Leute auf Drogen? Noch einen Angriff habe ich auch. Das ist ja ganz komisch, wie lange der Angriff läuft. Da haut er wieder meinen Spieler um. Und, ja, kann er vielleicht noch an den Ball kommen? Nein, und jetzt pfeift er ab. Jetzt gibt es noch mal gelbe Karte vor der Halbzeit. Und ich bin gerade irgendwie sehr perplex. Bin wirklich perplex. Ich weiß nicht, wie es hier auf einmal 2-0 stehen kann. Bin gerade irgendwie total durch den Wind. Wie ich hier in die Halbzeit mit 2-0 gehen kann, ist das eigentlich nicht verständlich. Ich habe einen Schuss, aber das liegt auch nur daran, dass Podolski gerade immer für seine Torabschlüsse ungefähr drei Sekunden Vorbereitungszeit braucht. Und ich muss jetzt mal auf Offensiv stellen, weil ansonsten wird das hier nichts mehr. Boah. Ich muss jetzt wirklich schnell den Anschlusstreffer schießen. Spüren wir mal steil auf Podolski. Kann sogar kommen, aber hier, ja. Das ist eigentlich rot, weil er überhaupt nicht am Ball ist. Prohibiere ich jetzt mit Özil aufs Tor zu ziehen. Könnte kommen. Könnte kommen. Könnte kommen. Könnte kommen. Boah, was für ein Ding. Richtig schönes Tor. Richtig schönes Freischusstor. Schön in die kurze Ecke gezogen. Um die Mauer herum und dann perfekt wunderschöner Freischlusstreffer. Also den schaue ich mir natürlich wirklich gerne an. Ah, das ist jetzt vielleicht die Wende in dem Spiel. So ein Tor musst du natürlich machen. Das machen wir mir mal gut. Der wäre vielleicht noch die Perspektive gar nicht so schlecht gewesen, aber der Gegner hat die Replayers immer weggedrückt und dann möchte ich ihm hier das auch nicht aufzwingen, weil er jetzt anscheinend ein schwerer Sportsmann zu sein scheint. Och, schade. Er fällt auf dieses Durchlassen gar nicht rein. Das macht er gut. Er steht da immer genau richtig, um das dann zu verteidigen. Bender jetzt hier gegen Ribéry im Laufduell und da boah, das war aber auch wieder grenzwertiger Einsatz und die könnte kommen. Raus damit. Habe ich jetzt einfach probiert mit Kreis zu klären den Ball. Hat auch irgendwie geklappt. Da war natürlich Benzema schon quasi bereit diese Ecke oder ne, diese Flanke zu verwandeln. Apropos Ecke verwandeln, das wäre jetzt hier fast der Fall gewesen. Jetzt ist hier gerade ein Anruf. Hatte ich bis jetzt auch noch nie. Kann ich jetzt leider nicht rangehen. Schön. Ich lasse es einfach klingeln. Ist jetzt gerade nicht zu ändern. Tut mir leid. Ich hätte natürlich jetzt kurz auch mal rangehen können, aber das wäre jetzt zu viel Multitasking gewesen. Ich hoffe, diese Person, die gerade anruft, hört gleich auf. Denn ansonsten, egal, ich muss mich jetzt aufs Spiel konzentrieren, weil ich bin natürlich jetzt mit dem Anschlusstreffer wieder drin. Oder es ist wieder möglich, hier auch mit Punkten nach Hause zu gehen. Wenn er jetzt mit Benzema hier nicht, ja, sehr schön rausgespielt von Mertesacker, das ist die Stärke von ihm, solche Zweikämpfe zu gewinnen. Und dann spielen wir hier kurz den Podolski an, spielen wir Doppelpass, aber der erste Pass kommt bei Gomez nicht an. War einfach hier zu viel los und dann, keine Ahnung, was er jetzt hier mit Malou da machen möchte und zieht dann einfach so unkreativ an und dann geht das natürlich in die Hose, aber leider nicht der Ballbesitz für mich. Jetzt, schauen wir mal, er spielt dann 4-2-3-1, so wie ich es gesagt habe, Benzema vorne drinne und dann halt, ja, Ribéry, Malouda und Nasri dahinter, ist natürlich wirklich top besetzt. Malouda noch der schlechteste Spieler. Ah, ich bin irgendwie gerade immer noch unzufrieden. Mag vielleicht auch gerade daran liegen, dass jetzt hier gerade das Steuergeräusch mit dem Telefon war und mir das irgendwie ein bisschen unangenehm für euch ist, dass ich euch damit gerade belästigt habe, aber kann ich nicht ändern, muss ich vielleicht zukünftig auch daran denken, dass ich das Telefon auf lautlos stelle. So, die Flanke ist gut, aber kann ich hier schön abwehren, das ist halt auch eine der weiteren Stärken von Mertesacker, da solche Kopfballeduelte zu gewinnen. Was mache ich eigentlich für einen Scheißdreck? Also teilweise in der Verteidigung bin ich, oh, sehr gut, dass der daneben geht. Ich muss mich mal jetzt konzentrieren, weil sowas darf mir ja nicht passieren, überhaupt gar nicht. Konnte ich irgendwie noch den Schuss blocken und dann kommt hier die nächste Ecke, die kommen alle sehr, sehr gefährlich. Dann macht er irgendwie also wirklich etwas sehr, sehr gut mit den Ecken. Keine Ahnung, was er genau macht. Spielen wir jetzt mal hier lang auf Götze und ja, jetzt ist das, das ist mal wieder ein Foul. Oh, wollte ich, habe ich gehofft, dass ich ihn vielleicht schnell spielen kann, aber ja, 60. Minute, springen wir hier und probieren auf Gommes den Freischuss zu bringen. Kommt auch dann auf Groß, aber der Ball, der kommt nicht an und jetzt, ja, muss ich mal wieder den Ball erobern. Schön, von Schweinsteiger kurz gespielt auf Gommes, Podolski jetzt angespielt werden, setze mich außen durch. Ah, auch hier kann er mir sehr gut den Ball abnehmen und Groß nimmt den Ball an und vertändelt ihn dann total strange. Also irgendwie sind total komisch, Ballkontakte teilweise vorhanden. Oh, wie der einsteigt. Das ist natürlich echt High Risk, was er da macht. Und hier spielen wir jetzt, oh, ich dachte Groß, setzt sich da in die Spitze ab. Hat er nicht gemacht. Der Pass ist aber auch ähnlich gekommen, den ich dann gespielt habe. Von daher ist es nicht schlimm und hier wird er jetzt, war er eigentlich dabei, ins Auszulaufen. Spielen wir kurz auf Podolski. Spielen wir jetzt, oh, da setzt er sich da fast durch. Und hier fängt es wieder an zu ruckeln und es nervt einfach. Was ist das denn für den Scheiß, ey? Das hat das, das begleitet mich ja durch die Gameplays immer wieder, dass es immer wieder mal kurz ruckelt und mich das total aufregt. Also das ist wirklich so eine Sache, wie man mich echt, ausziehen wir jetzt vorbei, probieren wir jetzt hier irgendwie zu flanken und Podolski mit dem Ding, der Ausgleich, 70. Minute, habe ich einfach am Tor da vorbeigelegt und dann kann Podolski hier aus drei Metern das Ausgleichstor schießen. Richtig schön und dann ist hier wieder alles drin, Wahnsinn. Wer hätte das gedacht nach so einer dummen ersten Halbzeit und auch, ja, jetzt lege ich ihn hier fast wieder auf. Remi hat er eingewechselt, der ist sehr, sehr schnell, machen wir auch mal einen Spielerwechsel, weil ich denke, groß werde ich jetzt wieder austauschen müssen. Ich muss irgendwie hier ein bisschen, das Kabel vom Headset ist ein bisschen im Weg. So, groß wird rausgewechselt wie immer und dann kommt Reus rein, dann bringen wir, hm, 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 Götze nach vorne und Gommes geht raus für Müller. Ja, und dann schauen wir mal, was dann noch hier möglich ist. Jetzt ist ja wieder alles drin, ausgeglichener Spiel, richtig schön und es fängt wieder an zu ruckeln, hier kretscht der Seriskan. Legen wir mal hier auf groß, der war eigentlich kurz gespielt, war nicht mit drei gespielt, der ist jetzt mit drei gespielt, der ist auch mit drei gespielt. Machen wir die Flanke wieder und Podolski, yes, das ist der Führungstreffer, der Wahnsinn, das Spiel gedreht, 73. Minute einfach, die Flanken jetzt hier wunderschön auf Podolski gespielt. Ich konnte nämlich nicht den Abschluss mit Gommes vorbereiten, weil der Pass irgendwie zu schlecht kam und dann habe ich hier innerhalb von ein paar Minuten das Spiel drehen können. Irgendwie, sage ich mal, nicht so wirklich verdient, aber ich habe eigentlich ja direkt am Anfang gemeint, dass ich denke, dass der Gegner gar nicht so stark spielt. Setzen wir uns mal mit einem Heel-to-Heel durch, ziehen jetzt hier außen weiter durch und ziehen zurück. Doch, jetzt weiter nach außen und dann kann er mir hier den Ball rausspielen. Ich führe, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Jetzt bitte hier probieren, in die Gasse zu spielen mit Remi, zieh da außen durch, probiere irgendwie den Mantra zu bekommen. Jetzt kann er hier durchziehen und dann bricht er ab, macht er sehr schön, aber das ist ja Abseits gewesen, der Ball in die Spitze. Der Ball ist aber immer noch heiß, er ist direkt noch vor dem Tor. Schade, dass der Schiedsrichter da das Abseits nicht gepfiffen hat. Nur da wäre es mal was gewesen. So, spielen wir hier kurz, den spielen wir hier lang auf Müller, der kann vielleicht kommen. Fast mit der Balleroberung. Aber dann hier mit der Balleroberung. Sehr, sehr stark von Müller hier gemacht. Jetzt kann er hier sehr viel Raum ausnutzen. Ja, machen wir mal den Schustausch und mal raus. Oh, da spielt er mir irgendwie den Ball raus und Müller beschwert sich dann auch. Hier, Özil mit der starken Balleroberung. Machen wir das Spiel breit auf lahm oder machen wir es wieder langsam. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Ball hier nicht weg ist. Dann spielt er jetzt sehr gut raus. Jetzt würde er hier probieren, auf Remi steil zu spielen. Ich täusche an, dass ich die Teuter raushole und dann probiert er hier außen durchzulegen und dick zurück. Dann muss ich den hier einfach rausklären. Sauber! Richtig stark von Neuer. Stark, stark, stark. Wenn der nämlich da irgendwie auf den zweiten Pfosten kommt, kann es sein, dass er von dort dann einfach ins leere Tor einschießen kann, wenn ich den Ball da nicht rausbekomme und das hat natürlich Neuer richtig stark gemacht. Aber die nächste gefährliche Ecke, das ist echt der Wahnsinn, was der für Ecken macht. Podolski, jetzt hier lang im Spiel. Ich probiere den einfach zu lassen. Genau, das habe ich ja, da habe ich ein Video, was ich hier gerade gemacht habe. Sehr, sehr schön. Kann sich außen durchsetzen und dann ziehen wir den in die kurze Ecke. Oh, den wollte ich eigentlich mit dem linken Fuß in die kurze Ecke vollspann ziehen. Hat aber überhaupt nicht geklappt und es lag daran, dass der Gegenspieler dran war. Hier habe ich eigentlich den Spieler genau schön zugedeckt, aber ich konnte den fast nicht abfangen und jetzt muss ich hier mit Lahm einfach den Ball... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, weg damit. Sehr schön. Der Neuer ist einfach eine Bank. Das ist natürlich wirklich ein immenser Vorteil, so einen Keeper zu haben. Oh, wollte ich hier eigentlich, hatte ich nicht gedacht, dass ich mich durchsetzen kann mit Götze, war das jetzt vorne und ich muss jetzt hier einfach nochmal kurz den Ball erobern, vernünftig und dann einen vernünftigen Angriff auszuspielen. Oh, den macht er hier schön, weil wohin hat er auch irgendwann eingewechselt. So, Lahm jetzt hier auf engsten Raum ist der Ball eigentlich schon... Oh, zwecksauber. Abstoß. Den muss ich jetzt einfach weit rausbringen und dann irgendwie probieren noch ein bisschen den Ball zu halten, sodass dann einfach der Schiedsrichter einfach sagt, okay, das reicht mir jetzt. Ich pfeife das Spiel hier ab, weil damit könnte ich natürlich jetzt unglaublich gut leben. Also, nein, 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 jetzt gibt es nochmal einen Angriff. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Das ist wirklich der letzte Angriff wahrscheinlich. Oh, Stellungsfehler von Mertes, er geht dazu, steht drauf, die Flanke ist nicht gut. Kann ich hier rausspielen? Sehr schön. Spielt er mir fast den Ball raus? Oben läuft Podolski. Komm. Oh, kann er noch abwehren und jetzt muss ich noch einmal den Ball erobern. Dann ist das Spiel jetzt vorbei. Dann ist das Spiel vorbei, wenn ich hier noch einmal den Ball erober. Ja, er hat den Angriff zu lange ausgespielt, schießt, rief, rief ab und diese Partie war irgendwie sehr, sehr strange. Ich muss mich noch einmal entschuldigen fürs Telefon. Das hat mich auch so ein bisschen noch einmal konfus gemacht. Die erste Halbzeit total strange, total verpeilt von mir. Ich habe irgendwie, es waren immer wieder Spielsituationen, wo ich schon gemerkt habe, okay, ich habe ihn so leicht aus der Komfortzone draußen und ich habe es dann einfach nicht ausnutzen können und dann habe ich hier aus dem Nichts es irgendwie geschafft, ihn dann aus der Komfortzone mal rauszudrängen und habe dann irgendwie da drei Tore gemacht. Ja, der wunderbare Freischoßtreffer von Özil, der hat mich natürlich zurück ins Spiel gebracht, der war richtig schön, der war richtig geil, muss ich mal echt sagen. Und danach diese zwei Flanken von Gomez auf Wodolski, der dann irgendwann ins leere Tor einschiebt. Also, das ist total strange. Das dürfte mir, das dürfte irgendwie nicht exemplarisch nehmen für meinen Spielstil, dieses Spiel. Das war echt total konfus. Ich habe es jetzt nochmal gesagt. Okay, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Es war ja irgendwie dann echt eine strange Partie und eine krasse zweite Halbzeit und ich habe den Nicht-Abstieg gesichert. Ich bin wirklich froh darüber. Ich muss das ganz gerne nicht sagen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich hatte Bedenken, dass dieses Road to Championship total in die Hose geht. Nämlich in letzter Zeit habe ich in der Liga ziemlich schlecht gespielt. Egal. Das heißt, ich bin jetzt auf jeden Fall sicher nicht abgestiegen und ich brauche jetzt noch sechs Punkte aus vier Spielen. Das heißt konkret ein Sieg oder also zwei Siege aus vier Spielen oder ein Sieg und drei Unentschieden. Und ich würde sagen, da entscheiden wir uns dann doch für die zwei Siege, oder? Das wäre natürlich echt bombastisch. Egal. Dann geht es weiter mit dem siebten Spiel. Heile und Kasten sauber. Euer Tess.